So, heute beinfestet. Das erste mal im Studio. Gucken wir mal was dabei rauskommt. Ah ja übrigens, das sind die Gym 80 von Mr. Buchtaner. So, da drinnen... Das sind 25 Kilo. Also innen drin sind es zweimal 25 Kilo, denn die restlichen außen sind 20er. So, drei, vier, fünf, sieben, acht, neun. So, drück aber bitte nicht auf die Knöpfe, ne. Und hier ist die Kamera. Fingern mit. Keine Sorge. Da ist die Kamera. Mare jetzt. Wie am besten so schräg von der Hedges? Komm Jungs, Akku Diversion Killer. Wie viel ist das jetzt? 410. Da ist ja nichts, Junge. Gekack. Eins. Drei. Drei. 4 5 6 7 8 20 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 22 23 23 24 25 25 25